In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, will John einen Vaterschaftstest durchführen lassen. Bevor sie ihre Aussage im Prozess gegen Mark Hardenberg machte, hatte sich Zoe, Lara Dandelion Seibert, verkniffen, mit John, Felix von Jascharov, über ihre Tochter Ella zu sprechen, obwohl sie ganz kurz davor war. Allerdings merkte Zoe, wie feindselig John ihr immer noch gegenübersteht. Also verzichtete sie darauf, ihn mit einer möglichen Vaterschaft zu konfrontieren und verließ Gernas, Wolfgang Barrow, Townhouse. Nach dem Termin bei Gericht brach sie mit ihrem Baby in eine neue Zukunft auf. GZSZ Zoe will sich ändern, denn Zoe, das betonte sie während der Gefangenschaft, mit John und Yvonne, Gisatzach, immer wieder, will ihr Leben komplett ändern. In der Serie konnten wir bereits sehen, dass Gerner das nicht glaubt. Um herauszufinden, ob Zoe etwas plant, setzt er einen Privatdetektiv an, der nicht nur die Adresse der kleinen Familie herausfindet. Als Gerner auf diesem Weg erfährt, dass Zoe ein drei Monate altes Baby hat, wird ihm schnell klar, wer als Vater des Kindes in Frage kommt, John. Gerner fragt sich, wie er mit diesem brisanten Wissen umgehen soll. Schließlich entscheidet er sich dazu, sein Wissen mit seinem Schwiegersohn zu teilen. GZSZ John erfährt von Zoos Baby. Ich habe keine Ahnung, was die Frau gemacht hat, und vor allem mit wem. Und ich bin garantiert nicht der Vater von irgendeinem Kind, antwortet John Gerner schockiert. Wobei er zugeben muss, ich habe es durchgerechnet. Vom Zeitpunkt könnte das passen. GZSZ John besucht Zoe John versucht, den Gedanken, dass Zoe möglicherweise ein Kind von ihm haben könnte, zu verdrängen. Doch es gelingt ihm nicht. Als er Zoe aufsucht, um Gewissheit zu erlangen, schaut er plötzlich in die Augen des Babys. Weil er Gewissheit haben möchte, ob er Stellas Vater ist, zwingt er Zoe, einem Vaterschaftstest zuzustimmen, den Philipp, Jörn Schlöhnfugt, durchführen soll. GZSZ Petwork-Familie mit Laura Wie John seinem Bruder berichtet, könne er mit dem Kind leben, nicht aber damit, dass Zoe damit Teil seines und Lauras leben wird. Als John Zoe zum Vaterschaftstest zwingt, kontert sie hart. Petwork-Familie mit Laura Das wäre also vorstellbar, auch wenn das Ergebnis noch auf sich warten lassen wird, ist John berührt, als er Baby Ella zum ersten Mal in den Armen hält. Petwork-Familie mit Laura